Ich bin da. So war heute das erste Spiel, ne? Ja, hab ich auch gehört. Konzentriert euch jetzt mal ein bisschen. Hat Zett bestellt? Nee, nächsten Monat. Der Mittelaltermarkt und Europapark hat zu sehr reingehauen. Nächster Lohn kommt. Mit diesen Prioritäten im Real Life, ne? Was denn? Ich hab mir zwei Wolldecken gekauft. Die sind teuer. Für deine Füße, wenn immer so schnell kalt. Nein, wenn ich draußen bin im Wald. Handgewebte Wolldecke. Küche aus Holstein. Erik ist so ein Hippie, ne? Ja. Ich versuche halt ein bisschen vom Schlafsack wegzukommen und da braucht man schon ordentliches Zeug, wenn man draußen schläft ohne Zelt und ohne nix. Die sind gegen Schlafsack zu sagen, in der Natur. In der Natur. Was? Das ist ja auch ne Plastikplane. Ja, die ist ja nur für, 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 äh, ähm, spontane Übernachtungen. Wenn du im Hauptlager hast ja ne, ne Laubhütte. Erik, der Laubhängt. Ja, lieber Laubhängt, Erik, als für, äh, Astro-Fans. Ja, Astro-Fans. Also, Astro... Okay, du musst mich nicht in, äh, musst mich nicht in den Schutz nehmen. Doch, ich such nochmal neun. Doch, ich such nochmal neun. Ist ja Bullshit hier wieder. So, Astro, das bedeutet, also, das verbindet man sofort mit Größe. Mit Größe. Astronomisch groß. Ach, Astro, äh, verbinde ich eigentlich eher so mit Alufolie. Ja, das auch. Das ist mittlerweile auch. Ach, ach, das ist so geil, dass ihr mit Grönen und Astro-Maps habt, ey. Ich liebe ihn. Also, ich... Also, ich werde ja nicht von Aliens entführt, weil ich gut bestückt bin, weil er immer schön in Halo eingepackt ist. Äh, denkt doch nicht, äh... Ja, sie können deine Schwanz-Gedanken nicht lesen. Erik, wen willst du spielen? Äh, alle... ähm, ich bin Archiv, ne? Ja, ich kann mir... wo gehen wir hin? Archiv. Archiv, oder? Archiv? Da ist, ähm, da ist egal. Ach, wie was? Ach, wie was? Im Kellerspiel schallt gerne in Fallen schneller. Ja, Keller spielen wir ja alle defensivste, da kannst du spielen, was du willst. Ich muss das ja auch so... Ich brauche einen DB-Tickel und ich brauche locker plus sieben Kills. oder wenn es denn klappt, ja... Oh, nur zu mylein, ich hä squeeze瑞 und mich zugefisst. Ah, ich weiß, das ist neu. Ach, schul... Daaraun... Schuizg…" Ach, sch capacitant von Fallen. Ach, schuldig bist duậnend. In Zivil. Aufrecht, weiße, Stabil. Ich hab schon einmal richtig geile Zehn. Werdet ihr die ganze Fahrt reich Ted hören? Nee, ich glaube wir hören Onkelz und Rock Scheiß und Alexander Markus, aber das mag Daniel. Ich freu mich schon drauf, Erik kann noch zusammenkommen. Machst du die Playlist wieder? Ähm... Scheiße. Äh, also ich... Nee, Dani hat eine richtig geile Rock-Playlist, also da werden wir auf jeden Fall mal reinhören. Aber wir haben jetzt hier gar keinen Bandit, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier die E3 aber komplett gesnackt bin. Ich mach dann auf jeden Fall die hier, die sind wichtiger als die auf der Seite, ne? Ja. Äh, Jackie hat meine Position in 6. Das heißt, ich kann nicht Camps machen, weil... Ja, wir wissen warum. Ich mach Camps. Jo. Äh, Sledge in der Tür. Aber das Lobby ist offen. Oh ja, die ist offen. Hey, die... Äh, im Raum. Die Einzeltür. Ja. Äh, ja, okay, okay. Du wirst verfolgt. Ich dachte, die ist jetzt große Lobby und ich sitz neben der Tür. Der Fenster ist auch offen. Komm mal lieber raus, Erik. Alles klar. Alles klar. Äh, kann einer mal bitte, ähm, äh... Ich hab's nicht gut angefragt. Verrasencam gehen. Ja, kann keiner. Ja, ganz kurz, aber nö. Ist da was? Kommt da was? Kommt da was? Die machen irgendwo Hibana auch noch clean. Äh, äh... Also, Ash ist auf jeden Fall, äh... Intra Ausgang. Hä? Wo machen wir denn Hibana? Ach, hier, 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 die eine Wand, die ich nicht gemutet habe. Bei uns im Programm hier. Ja. Also, bei... Bei der Fenster waren zwei... Nein! Fuck you, Hibana! Im Großraumbüro ist auch was offen. Im Großraumbüro ist auch was offen. Auf... Bodenhöhe. Auf... Bodenhöhe. Könnte reinkriechen. Okay, Sledge kommt rein. Ah, shit. Shit. Ich hab ihn zu spät gesehen. Jackal. Da liegt der. Das war die Warnabend. Die Männer haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Jetzt kommt der Fall die Kämmer. Sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingeschüttet. Die Männer sichern den Biogefahrgutbehälter zu sichern. Scheiße, dasQ-Hilfe. Entschuldigung. Die Einer ist im Raum, der andere. Der andere ist nicht in derмотр. Die Behälter abhalten. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Die Kindle hat dort, ey! Ach, das war sie zwei Headshots gemacht, ne? Das hat natürlich bullying. Hm. Als ob, scheißegal, oh, scheißegal nicht so viel aus, ja, drei Viertel, also das, ja, ich dachte, also das hat am Anfang mehr, also ausgesehen, als hättest du die mehr getroffen, jetzt in der Kirche haben wir auch gesehen, ja, das Regal war halt einfach ein biestiges Regal, weniger denken, mehr treffen, passi, ne, was soll ich sagen, Die waren grad relativ schnell, die Boys, ne? Ja, war nirgendwo ja scheiße, weil die Sledge haben, die Castle Mew-Taktik klappt einfach nicht bei Sledge und, äh, Schassetypen, die Sledge und Dash spielen. Ja, dann hoffen wir, dass sie Keller-Spieler sind. Ja, safe, das sind so ein Spiel. Letzten haben wir Bank gespielt, da waren sie nicht, äh, da waren sie gar nicht im Keller, glaub ich, ne? Stimmt, da waren sie oben, oben zwischenzeitlich. Das stimmt, da warst du dabei, ne? Ja. Na, CO ist aber clean, kann ich kaum. Ja, clean nach Keller. Machief ist auch clean. Keller. Gut, safe call. Gib mir die Punkte! Jawoll! Fahrgutbehälter lokalisiert. Puls. Oh, boah! Ich lass meine Drone sofort bei der Trap. Hm, warte, da bin. Tito? Zehn Sekunden bis Einsatz. Wir haben da eigentlich schlechte aufgeteilt gerade. Äh, ich bin doch der Granatentyp, oder nicht? Ja, ähm, da ist irgendwas besessen das. Ich kenn, ich kenn den. Ich kenn den. Ach, das hat der Elite-Projekt. Ja, aber das Problem ist jetzt, Franz, dass jetzt, äh, alle über den Raum, da ist einer direkt, zwei Stück. Dass jetzt alle hier über diesen Raum gehen können. Ja. Ich hab's dreimal gemacht. Ja. Ich hab dreimal gemacht. Ja, dann gehe ich hoch, Puls, dann kann ich von oben versuchen, anzugreifen. Zwei Stück sind da, Puls und, äh, Umbrella. Ja, ich probier von oben drückzumachen, dass ich die kriege. Okay, einer hat Klappe, einer im nächsten Raum. Okay, der ist auch rein. Ich geh jetzt blocken. Wo, 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 wo sind die drin? Die sind 20 zurückgezogen. Ja, im, äh, neben dem Serverraum. Ja, es ist hinterm Schrauber. Ich geh schnell die Claimor legen. Ella hat drei Hits kassiert. Die machen die Wand auf. Die machen die Wand auf. Ja. Oh, fuck it. Oh, nein! Oh, nein! Wann hört, wann hört das Gift auf? Du musst das rausziehen. Ja, du musst den Schlauch rausziehen mit X. Oh, echt? Ey, ich hab dir voll in den Kopf gemacht. Hat mir grad jemand zugeguckt? Äh, Jäger läuft drauf und sie ist wohl. Ich hab der... Oh, die sind zu dritt im, im roten, äh, Gang. Jungs, Achtung. Die Jäger ist noch offen. Sorry, Franz. Ah, okay. Kannste heilen, da ist keiner drin. Kannste heilen, da ist keiner drin. Jetzt kommt... sie haben eine Giftbühne hingelegt. Äh, haben wir noch eine Term für Treppe? Ich hab deine Claimor. Äh, ich hab... Treppe habe ich auch für Claimor. Oder wurden die zu still? Da sind ganz viele Pfeilen auf dem Weg, da sind ganz viele Pfeilen auf dem Weg Da kommen noch zwei, die sieht man, die sind so ein bisschen durchsichtig Krapsel, glaubst du, ich hab dich nicht gehört? Jetzt muss einer die Cam nehmen, die Cam muss von mir down Da auf dem Boden, da sind noch nur zwei Pfeilen Lukas, ungefähr zwei Meter vor der Tür, so schräg, da sind sie Pfeilen, da rennt Francis rein Ah ne, ist vorbeigegangen Ja, ich bin immer inzwischen auf Jetzt, ja Nein, warum klappt ihr das Schild aus bei dieser scheiße Bremskranat? Nein, ich bin der Operator von der eigenen Truppe Ich krieg natürlich wieder den Headshots, der Bullshit Das ist wahrscheinlich eine Mathe, Raph, also aufpassen Kann man sich jetzt bewegen? Ja, Treppe kommt der Achja Ach bullshit, da ist auch wieder ein Headshot gesteckt Schade Jetzt haben sie wenigstens Keller Gut zu wissen, dass wir diesen scheiß Stachel Ah, machen wir holen wir jetzt auch Keller jetzt? Also, ähm, du kannst du mal, äh, Franz macht zwei Pfeiltier und Lukas, du machst meine Pfeiltier Achso, ja Mhm Ist die Frage, was brauchen wir denn unten? Dieser Gifttyp ist, glaub ich, gar nicht so scheiße unten Ja Nein Äh, dafür wird zu 5 defensiv, ne? Schön, einen Campen Mhm Der Schatz, bist du in den Lift Die werden auch sicherlich schnell sein, oder? Ja, gut, wer hält Das muss man mitrechnen, ja Raph, vergesst mal die Tür hier hinten, bitte, Lukas Das muss man mit einem Transfer gelegt, dicht in der Nähe aufhalten Wieder damit rechnen, dass sie mit Jackal spielen, die Typen, ne? Tch Aber da wir ja eh defensiv sind, sollte das nicht das wesentlich sein Wir wurden jetzt gesichert Ja, dann geht's halt tatsächlich schon nicht um jemand anders Ja, wieso? Ich bin zu offensiv, oder was? Nee, 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 weil sie jetzt oben rumgelaufen sind Das ist so, ja, ja Hier ist irgendwo Ich hab noch 2 Bänder Ich hab 2 Drohnen geholt Wir machen Gang ja nicht mehr zu, ne, Roter Gang, das ist ja scheißegal Ja, ja Hier die Wand fährt vielleicht Ja, da kommt jeden Loch rein Äh, wo, welche? Geht nicht Ah, ja, ok Ja, leg mal ein paar Feilen dahein Slash Slash Ja, Slash Ist die eine Tür eigentlich nicht verkastelt? Ja, eine Tür eigentlich nicht verkastelt Äh... Gift, Gift, Gift Ich konnte nicht mehr runterreißen Hast du dich schon zurückgezogen, Passi? Hast du dich schon zurückgezogen? Ich bin 1 zurück, ja Irgendwas, Falltür, Biba, Falltür Ja Roter Raum ist Falltür offen Oh, Granate Vorsicht, Franz, Falltür, ne? Meinen die aber ernst Drohne Ich behalte die Nadeln vor Hat nur mich gesehen, die Drohne Garage geht jetzt auf Aufpassen jetzt Äh, die im roten Gang stehen Die müssen jetzt aufpassen Weil die können jetzt vorm Serverraum durchgucken Ah, das ist durch Äh, roter Roter Raum Noch eine Drohne grunde ich jetzt, Franz Vorsicht Schapsel, Schapsel, Schapsel Aufpassen, die kommen ins roter Gang Die Bahn ist unten Hab sie Lademagazin Da war Ja Irgendwas wurde aufgeasht Irgendwas wurde aufgeasht Schapsel Schapsel So und jetzt schön Nein, ist schön Oh, der mich mal weg da ist Na die Runde war So aber, gleich schnell Alter, Franz jetzt so Gas gibt, Alter Was ist mit dir? Das haben wir jetzt relativ gut gesehen, wa? Ja, 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 ja Das hab ich jetzt Auch das zweite Mal jetzt gemacht Aber die haben mich ja auch nicht gecheckt Ja Ah, egal Eigentlich hier schön gemessert Das, äh, weil der mit den grünen Haaren an der Pflanze stand, dann sieht man das nicht gut Ja, Sio, call Ja, Sio, call Ja, Sio, call C-I-O, C-I-O Fassi, wenn das, äh, nicht stimmt mit, äh, Sio, dann darf sie auch noch eine kleine Cola zum Mac's Menü bestellen Wieso bist du gerade deutlich hinter, oder was? Ich sag nur wenn Also, wenn ich auch insgesamt verliere Als ob hoffentlich einer es noch verloren hat Als ob du dich darauf konzentrieren würdest Das heißt, ähm, passt hier nicht dann ein Happy Meal? Schie... Nee, auch Schieb Nee, sind zu erschieb, ja, scheiße Krieg würdest du, kriegst, kriegst ne kleine Cola dazu, pass ich da, wo du weißt Na klar Nie von mir, oder? Also kriegst du safe dazu, ne? Ich weiß grad, der ist ja gar nicht Ich weiß grad, der ist ja gar nicht Kauf dem doch einfach ein Happy Meal, oder? Ich glaub, aber du gehst in die Führung, ne? Jetzt hab ich Happy Meal, wie passibel Zahlen würde Krieg ne Hamburger und ohne Gürtchen und so Ohne Gürtchen und so Ich geh gern Cheeseburger ohne Käse, oder so Ja Denk dran, freitags nicht zu viel zu essen, da wir, ähm Äh, es wird damit Gesteck Dicke gegessen bei mir Nie von sicher Äh, wie war Hauptlobby? Frage Äh, kleine Lobby Achso, stimmt Nee, ja, kleine Lobby Ja, okay, kleine Jo Keine Lobby können wir alle wirklich Gas geben Mann Oh Wo war der oben denn nun? Boah, oben ist einer noch nicht Äh, oben, ich hab ihn gesehen, schon hab ihn gesehen Hab ihn, hab ihn, hab ihn Ah ne, ist noch einer Was? Ey, ich fahre nicht mal vorm Fenster Boah, drei Stück waren jetzt da Ach, der hat nach vorne gepusht Den Zweiten, der hier war Jäger, Mute und Puls Bei mir ein toter Winkel, den konnt ich nicht sehen Jäger war noch da Jäger war auch noch da Und wo hat der dich denn geholt? Ja Äh, Jäger war Treppe Äh, der war einfach oben auf der Treppe Ja, im Mute hast du, glaub ich Im Mute hat mich geholt Im Mute hab ich Und, äh, jeder Einer ist in der Küche Jäger kommt, glaub ich, zu der Treppe Ist irgendwo in der kleinen Lobby gerade, der Boy Jaja, ich bin weggerannt Oh, hier hat grad jemand was aufgemacht Der hatte grad nen Beef mit dem Ne, das hat der ganz am Anfang aufgemacht Achso, da ist der Rache von der Puls Jajaja, da ist der ganz am Anfang rausgekommen Ich maus auf Nicht wundern Ich maus auf Jagt da hinten jetzt keiner? Ist ne Leiche Was, wie? Achso Achso, ich hab da eben auf jeden Fall eben hinten meinen Bedeutung Ja, ok, gut Ist Leiche Oh, ich wollte entdeckt Fuck Ja, die kennen über dir, ne? Oh, unter mir Ja, komm aus der Küche raus Küche Auf der Küche Nice rough Jaja, aus der Küche Jaja, aus der Küche Ok, also Küche ist Hier macht mal einer die Färm hier oben Weil Seegon zum Laufen will Jup Jup Ähm, was war das? Was hinten überhaupt abgeschossen wurde? Haben die Frost? Einer ist im Raum Elesion, oder wie der heißt Der neue Umbrella ist das Der meine Der war Ne, dann ist der andere Achso Mein ich ja, Pingpong Der ist tot, der hat drauf getötet mit der Dings Ok, gut Selber ich mich gefreit hab mit den letzten Umbrella Mach schonmal Auf Wer hat die Cam? Wer hat die Cam? Ja, ich muss dann hier unten nochmal rein, Lukas Warte mal Pasti, wir haben nur auf 15 Sekunden Ja, gib Gas Auf rein, ja Warte mal Es bleiben noch 10 Sekunden Oh nein 5 Sekunden Ja, bei dir werden auch noch einen Oh nein, weiter aus Warte mal Ist der außerhalb? Warte, ne Ich hab keine Ist im Kopf Ah Scheiße, hab ich nicht gecheckt F*** hab ich nicht gecheckt F*** F*** Ach Maaann Ach Maaann Ähm, Archive jetzt nochmal oder was? Archive jetzt nochmal oder was? Ja, oder? Mhm Ja, nehm ich Bandit damit Ja, macht es Sinn Kassel Mute zu machen? Ja, Mute trotzdem mit Finn Ja, okay Die haben vorhin alles mit Sledge und Ash aufgemacht Ja, die haben auch später Wände aufgemacht, das war auch ein bisschen ein Problem Ja, okay Das verhindere ich diesmal mit Nude, äh mit Strom Den Raum sichern, wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen AVS, platziert Reiterzeit Die platzieren AVS Vielleicht wird echt ne knappe Nummer mit euch beiden Die Drohne der Gegner hat zu Gefahrgut der Hälter Lukasiviert Ja, mal sehen Wird schon Ja, wenn nicht, wenn nicht Äh, Fehlung und Wand Ja, wenn innen, aber... Ja meine gleich Ja, aber ich würde dann auch gleich schwer Drei Drohnen habe ich Fünf Sekunden wieder Ja Die Drohnen der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Gehälter lokalisiert Die Tür ist verbarrikadiert Du hast ja kleine Lobby komplett verstromt, ne? Ja Ja Gerät wurde platziert Äh, Fenster-Cam ist down und äh, die Platz-Cam ist down, also... War das Lobby? Kleine Lobby ist, kleine Lobby ist, kam kaputt Ne, 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 Lobby ist, kam kaputt Ne, keine Lobby Ne, 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 Lobby Na bein Okay, ich gehst den Camps War auf jeden Fall... ...Mädel Ja, wir werden gewohnt hier Ich glaub, die pushen rein, die pushen rein Ich hab den nur angefolgt, der Mann ist sehr viel Shit Ja, ah, Mann Vorsicht, hab nichts drin an die Wand Boah, das ist... So ein agassiges Arschloch, ne? Ist halt knapp mit der Drohne drin Der sieht da ist was, äh, der... Der sieht da, wie ist was drin Dann kommt der sofort rein gestimmt, ne? Die machen richtig viel Druck Über die kleine Lobby gerade Deine Ecke Ah, da hat er grad irgendjemand zugeguckt? Ja, ich hab dir grad zugeguckt Ah, das war locker, Heddy, oder? Das war die Yin-Yang In deinen Träumen war's ein Heddy Oh, jetzt wartet der da, ne? 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 Darf ich was sagen? Ich weiß, ich bin in der Runde jetzt hier nicht in der... Ja... ...in der Projektiion passiert, aber wenn du... ...wenn du so anfranken gehst und dann weg bist ...um von der anderen Seite zu kommen ...und du läufst die Runde, du kannst dann auch wieder von der gleichen Seite hin ...und fand das keinen Sinn Ja, aber das Problem ist, äh, das kann... äh, das kann... Äh, das kann's überfahren... ...ein eigener Druck neutralisieren Ja, sag ja noch Ja, läuft der schon! Hat er schon 2-0, ey! Boah, was schreien die denn alle Nachos denn jetzt, ey? 3-0 und... Ich glaub, ich muss gleich mit Angie ein bisschen chatten gehen 4-3 sind 6-3 ...und 3-3 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 ...und 3-3